Hallo zusammen, ich bin Analia und ich bin im ersten Lehrjahr als Lebensmitteltechnologin bei der Bell. Ich bin Fesnike und bin im dritten Lehrjahr. Wir zeigen euch jetzt einen kleinen Einblick in unseren Alltag. Kommt doch mit! Als Lebensmitteltechnologin produziert man Lebensmittel vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Man lernt die verschiedenen Produktionsanlagen und Verpackungsmaschinen zu bedienen. Bei uns in der Bell wird sehr viel Wert auf die Hygiene gesetzt, sodass auch die Qualität des Produkts da ist. Als Lebensmitteltechnologin braucht man einen guten Beobachtungsgab und einen guten Geruchssinn. Wir haben in der Bell Block Schule. Die Schule ist schon noch anspruchsvoll, weil wir Fächer wie Chemie, Biologie und Maschinenlehre haben. Ein gutes technisches Verständnis ist auch sehr wichtig. Als Lebensmitteltechnologin hat man nach der Lehre noch sehr viele Möglichkeiten, sich in verschiedenen Bereichen weiterzuentwickeln. Bei der Bell darf ich Verantwortung übernehmen und bin dafür zuständig, dass mein Konsument ein super Produkt auf dem Teller hat. Man kann hier sehr viele verschiedene Leute kennenlernen und man wird auch sehr wertgeschätzt. So, jetzt habt ihr einen Einblick in unseren Alltag bekommen. Ist doch voll cool! Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich! So, jetzt haben wir unsere